Wie findet ihr bei uns die Online-Kurse? Also, entweder ihr geht auf tanzschule-berlin.de oder ihr ladet euch die Tanzschule Keller App runter, die ihr in eurem App Store findet. Auf der Website würdet ihr auf Multimedia gehen und euch dort auf Kundenzugang klicken. So, entweder ihr habt euren Zugang schon oder ihr geht einfach auf Zugang anfragen, wählt hier Tanzschule Dieter Keller aus. Moment, das haben wir auch direkt. Dann gebt hier Vornamen, Nachnamen, eure E-Mail-Adresse mit ein und klickt auf Absenden. Wenn ihr dann eure Benachrichtigung per E-Mail bekommen habt, könnt ihr einfach zum Login gehen oder eben das Ganze auf eurer App machen und hier euren Zugang eingeben und euch direkt anmelden. In eurem Zugang findet ihr dann entweder direkt die Online-Kurse. Wenn ihr in einem anderen Menüpunkt seid, dann einfach auf Online-Kurse klicken. Dann landet ihr direkt hier. Dort könnt ihr euch dann auch eure Videos raussuchen. In dem Fall haben wir hier jetzt als Beispiel die Grundstufe. Da könnt ihr einfach draufklicken, euch dann jeweils das Video aussuchen und hier seht ihr dann alle Informationen, könnt euch das Video angucken. Hier rechts habt ihr auch eine Kommentarfunktion. Das heißt, wenn ihr hier einfach was reinschreibt, antworten wir euch auch zeitnah. So könnt ihr euch die Videos angucken. Viel Spaß dabei!